Friedrich Wilhelm Josef Schelling wurde 1775 in eine schwäbische Pastorenfamilie hineingeboren. Mit 15 Jahren trat er in das Tübinger Stift ein, wo er sich mit den älteren Studenten Hölderlin und Hegel ein Zimmer teilte. Er studierte Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften. In Jena verkehrte er als Professor von 23 Jahren mit den dortigen Romantikern. Während ihn sein Frühwerk zur Naturphilosophie berühmt werden ließ, wurde sein vertiefendes Spätwerk nur wenig zur Kenntnis genommen. Mit der Französischen Revolution 1789, dem Sieg des Bürgertums und dem Fortschritt der Naturwissenschaften, empfanden sich viele Menschen als der Welt empfremdet und entwurzelt. Die Natur wurde zum Nutsobjekt. Für Schelling hingegen war die Natur nicht bloßer Mechanismus. Seine Naturphilosophie beschreibt die Natur und den Geist als zusammengehörig. Natur sei geronnener Geist. Schelling versuchte, den kartesianischen Dualismus zu überwinden. Vorne an unserem Modell befindet sich als Symbol für den Identitätscharakter der Schellingschen Philosophie ein Möbiusband. So wie Natur und Geist eine Einheit darstellen, denn so sind die beiden Seiten des Bandes eins, wenn man mit dem Finger das Band längs entlang fährt. Subjekt und Objekt bilden eine Einheit. Das Objekt bezieht sich auf ein Subjekt und kann nicht ohne dieses gedacht werden. Das Ich-Bewusstsein ist nach Schelling kein ruhender Punkt, sondern bewegt sich im Widerstreit zweier Kräfte. Unser Modell verbildlicht die drei ersten Stufen der Entwicklung des Selbstbewusstseins ähnlich wie bei Fichte. Die erste Stufe zeigt das Ineinander der zwei Grundbewegungen. Das Auseinandertreten in Ding an sich und Ich an sich stellt die zweite Stufe dar. In der dritten Stufe erfolgt die Synthese des Inzweiten in der produktiven Anschauung. Dementsprechend entwickelt sich in der Mitte die Linie zur Fläche und zum Raum. Parallel dazu wirken nach Schelling in der unbelebten Natur drei Kräfte. Die erste Kraft ist der Magnetismus, in dem die Polkräfte immer zusammen auftreten. Die zweite Energie wirkt als Elektrizität, in der positive und negative Ladungen getrennt werden. In unserem Modell zum Beispiel geschieht dies durch Reibung und lässt die kleinen Teilchen an die Plexiglasscheibe springen. Die dritte Kraft liegt als chemischer Prozess vor, in dem die beweglichen Kräfte zu einem stabilen Ausgleich kommen. Die Naturphänomene entwickeln sich immer aus zwei entgegengesetzten Kräften, wie zum Beispiel Anziehung und Abstoßung, positive und negative elektrische Ladung.